Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Shakes and Fidget! Ja, ihr seht es schon, der Dungeon blinkt schon wieder. Was heißt das für uns? Wir haben den nächsten Schlüssel bekommen, den Schatten von Gnark. Und ja, genau, was mir im letzten Video als Kommentar geschrieben worden ist, weil ich mich gewundert habe, hey, warum sehen die Steine anders aus? Es gibt, wie es aussieht, drei verschiedene Gruppen von Steinen, klein, mittel und groß. Und die sehen auch unterschiedlich aus und unterscheiden sich natürlich von den Werten. Und das sind entweder große oder mittlere. Ist mir nur so aufgefallen, wollte ich euch gleich sagen, bevor sich irgendeiner denkt, was heißt das, ich will das auch wissen. Genau, der dritte Schlüssel. Ich frage mich ja... Na ja, Schlüssel, es blinkt schon auf. Ich frage mich, ob wir dazu kommen werden, dass wir mal den magischen Markwart irgendwie sehen werden. Lass sie mal einer an, den können wir hier so tatsächlich was einsetzen. Schwuppdiwupp, okay und tschüss. Hast du auch irgendwas gesockeltes, kundige Kundigunde? Nein, du hast nichts. Okay, Moment mal, ich habe hier eine... Heute sind mich Waffen gesucht, sehr schön. Aha! Ich habe keinen Lebensdrang mehr. Ich werde mir den jetzt aber aufheben, weil ich glaube, ich brauche keinen. Ja, ich habe nämlich auch keinen hier drin. Schauen wir uns das einfach mal an, gehen in die Schattenwelt und klack! Öffnen den nächsten Dungeon. Hallo Ruinen von Gnark! Wo die wilden Kerle wohnen. Ja, dann schauen wir uns das einfach hier mal an. Die Kanalratte. Ja, wir kennen die ganzen Gegner schon. Ich spare mir die Texte, die in den letzten Videos auch. Und schauen wir mal, ob wir heute über den barbarischen Bertram hinauskommen. Und ähm... Ja, es scheint aber, wie ich gesagt habe, immer kontinuierlich zwei Stufen bergauf zu gehen. Ähm, von den Gegnern her. Na, schauen wir mal an, was der Schaden macht. Ja. Dann gleich den nächsten. Die, äh, Staubfledermaus. Die ist dann genau, die ist dann 214. Das heißt, es geht kontinuierlich gleich nach oben. Ich sage, der allerletzte Gegner ist die Stufe 500. Ups! Das war ein schöner Crit. Wir schauen uns die Items dann nachher an. Ich glaube nicht, dass da irgendwas dabei ist, was dann schon hilft. Vor allem nicht, weil die Gegner jetzt vom Level her so gering sind. Schade, dass man die Items nicht ins Klo spielen könnte. Aber dann könnte ich hier nicht zu viel, äh, Dungeons auf einmal zeigen. Das wäre dann der Nachteil daran. So! Der nächste ist down. Und schauen wir mal, ob irgendwie Items dabei sind, die uns nützlich erscheinen. 400, ach komm. Die sind einfach, einfach alle schrottig. Es ist einfach ein absoluter Witz. Das ist einfach, für den Highjar ist das einfach ein absoluter Witz. Was ich mich frage, sieht man irgendwo 161 Dungeon Etagen bereinigt. Tatsächlich, das wird hierzu addiert. Das heißt, man kann am Schluss 300 addieren. Jetzt mache ich mal den fertig und dann schaue ich mich mal so in der Ehrenhalle um, was so die anderen haben. Ähm, wo war ich? Dungeons, genau. Ah, falsch. So, da haben wir als nächstes den hinterhältigen Halunken. Weil theoretisch kann man ja, ähm, in der Mine immer alles überspringen und sich, äh, Dungeon fertig machen. Mine zehnmal aktivieren, bis der nächste Schlüssel da ist. Und so weiter. Bis man, äh, quasi am Ende ist, äh, falls es schon stark genug, äh, stark genug vor allem. Vor allem, wenn es, äh, ausreichend starke, ähm, Charaktere schon gibt. Ich frage mich, wie weit man kommt. Die sollen ja deutlich schwerer sein. Ich meine, für einen Level 222er Charakter. Macht ja schon fett Schaden am, ähm, Bertram. Jo. Aber ich glaube, wir werden heute keinen anderen Gegner sehen. Wirkt nicht so. Na gut, das sind Stärkegegner, Stärkegegner von Haus aus. Keine Chance. Na, los, hau ihn um. Tschüss, böser Bandit. Dann haben wir als nächstes. Ach nee, warte, ich, ähm, bin ja voll. Warum? Was? Das war doch andersrum. Egal, du kannst nicht da oben bleiben. Ähm. 485. Wisst ihr, wenn ich jetzt einen coolen, die im... Brr, 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 brr. Ich könnte theoretisch dicht da reinpacken. Ich weiß nicht, was besser ist. Die Tribble oder, oder die Allattribute mit dem Ding da drin. Die Schuhe sind nämlich einer der ältesten Items von mir. Wenn ihr das so anschaut. 544. Ja, die Schuhe sind die schlechtesten. Ich würde sagen, wir machen mal... Ach, das geht so nicht. Okay. Ähm, was haben wir denn hier? 427. Was ist... 361, das ist doch Mist. Was haben wir hier? 436 Stärke. Ah, das ist so... 100 Attribute mehr und wir können es uns langsam mal angucken. So. Gleich das nächste Ding annehmen, das nächste Abenteuer. Mittlerweile bin ich bei meinem Charme überlegen, ob ich jetzt nicht, äh, auf Geld gehen soll. Ich nehme jetzt auch den Quest einer wenigen Erfahrungspunkte. Gibt einfach mal ein Item für 2,5 Millionen dabei ist. Ähm, wenn man sich so umschaut in der Gilde bei uns. The New Conan zum Beispiel. Der ist ja gute 20 Level unter mir. Und hat einfach mal... Der wäre das als ich. Der ist einfach mal hier mit 9000 Basisstärke. Absolut krass. Und ich habe hier nur 8700. Der ist mir hausuch überlegen. Und deswegen bin ich am überlegen, ob ich auf voll Gold gehen soll. Ich level langsamer, aber meine Stats steigen schneller. Ich weiß es noch nicht. Ich bin hart am überlegen. Muss mir das gut, gut anschauen, weil... Ich glaube, es macht sogar Sinn. Mal schauen. Ich habe ja Zeit. Ist ja ein Geduldsspiel. Ähm, das Ungeheuer. Das Ungeheuer. Ah, das ist geschickt. Der könnte jetzt der Erste sein, der den Bertram umhaut. Je nachdem, wie oft er ausweicht. Ist das im Bereich des Möglichen oder auch nicht. Okay, dann haben wir den Grabräuber. Was bist du? Du bist Stärke. Du wirst ihn nicht umhauen können. Schwupp. Schwert ins Gesicht. Boah, die Kritz, ne? Und tschüss. So. Dann haben wir noch einen. Und zwar den Räuberhauptmann. Du bist auch Stärke. Du hast auch keine Chance. Überhaupt keine Chance. Und die Items sind alle absolut nutzlos. Das ist natürlich mega kacke. Oh ja. Ist halt für einen Charakter, der neu anfängt, ist das natürlich mega geil. Und es gibt ja fucking viele Erfahrungspunkte. So. Ja. Alle Attribute. Ich glaube nicht, oder? Das brauchen wir da irgendwas. Sie könnten ruhig einführen, dass dieser Turm, das verkümmelte kleine Häufchen hier. Gut. In der Schattenwelt gibt es keinen Märchenturm. Den könnte man hier einfach nur irgendwie Schreckensturm nennen. und einfach da hinsetzen, dass man nicht jedes Mal in die Lichtwelt muss, um auf den Dungeon zu klicken. Aber das sind Kleinigkeiten. Ja. Nein. 439. Nein. 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 Nö. 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 So. Machen wir mal so. Die Ausdauesteine werde ich sowieso nicht so benötigen. Ähm. Und dann machen wir gleich mal so, hätte ich gesagt. Hauen wir mal die einfach in die. Tötötötö. Ja, wartet mal. Wartet mal. Was hat, was hat denn der, der Birdy für, für Schuhe an? Sieh mal ein an. Ja. Die haben alle gute Schuhe eigentlich. Eigentlich ist das wurscht. Eigentlich ist es wurscht, wie Käse. So. Hauen wir einfach die schlechteren Schuhe da in die Toilette. So. Ja, dann haben wir Magierschuhe bekommen, ja, eigentlich sind die, eigentlich sind die allerattribute Schuhe fast besser, oder? Ja, hm, 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 eigentlich ist es wurscht, tun wir die weg und lassen die allerattribute Schuhe drin, so, dann haben wir hier noch einen Stein, theoretisch für sie, aber sie hat kein Sockeleitem, gell, ne, sie hat kein Sockeleitem, das ist schade, was mache ich dann mit dir, was mache ich dann mit dir, tschüss, ich brauche einfach Platz, jetzt wird der eine sagen, mit dem Blattbruch, dann bau das aus, ja, da habt ihr recht, ja, da habt ihr recht, aber erstmal lasse ich das hier weiter ausbauen, mein Arbeitsquartier, das baut erstmal aus, dann werde ich die Mine nochmal dran nehmen und dann werde ich mich um die Schatzkammer kümmern und vielleicht auch ein bisschen um die Schmiede, weil wenn ich hier auf Stufe 20 hochbauen kann, muss, etc., wird das noch ein sehr großer Zeitaufwand. So, wie viel haben wir jetzt denn clean? Wir haben 167 Dungeon-Etagen bereinigt, so, sind die schon über 200? N-A-N Dungeon-Bereinigt, aha. Okay, das wird nicht angezeigt. Scheint noch ein Anzeigefehler zu sein, man kann also nicht bei den, bei den ganz hohen schon spionieren, wie viele die schon haben. Boah, mehr Karma steht kurz vor der 400, das ist so krass. Boah, das ist so übel. 13.000 Stärke, wie viel hat Daddy Cool, glaube ich, war der mit den höchsten Skills? Da sieht man an, da hat sich gerade was verschoben. 16.000 Intelligenz, Alter. So viel habe ich gerade mal mit Trank, mit Trank habe ich gerade mal 18.000. Boah, okay, da geht was. Wie weit sind die denn schon mit den Portalen? Die müssen ja schon mega hoch sein. Ähm, hier, 41. Hohoho. 41, 42. Boah, die sind schon so weit. 42% Portal-Portal-Bonus, ich bin bei 33. Jui, 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 jui. Ich könnte auch schon so weit oben sein, wenn ich nicht mal eine Pause eingelegt hätte. Und nicht, ach Moment, ich bin gerade hier auf einem anderen Server. Ich habe es nämlich gerade oben im Fenster blinken sehen. Das ist ja mein S1-Jar, der nur Stadtwache macht. Ähm, tschak, tschak, sehr schön. Da gibt es ein Tränkchen für mich. Sonst ist nichts dabei. Das war es schon von meinem S1-Jar für heute. Und natürlich mein Rekord-Jar, bei dem ich immer noch nicht weiß, was soll ich mit dem machen? Was soll ich mit dem die Schatten-Dungeons machen oder nicht geben? So unverschämt viele Erfahrungspunkte. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was ich mit dem machen soll. Leute, helft mir. Was soll ich mit diesem Rekord-Jar machen? Soll ich mit dem die Schatten-Dungeons auch bereinigen oder... Ich meine, jetzt habe ich eh schon einen bereinigt, aber... Hm. Ich weiß es nicht. Helft mir mal. Schreibt mir das mal unbedingt in die Kommentare. Das wäre ganz wichtig. Ich meine, das gab es früher nicht bei den Level 100 oder Rekord-Jars. Ich meine, gut. Ähm, 100 Dungeons, Rekord-Jars. Das ist... Ich möchte ja weitermachen. Ich möchte die 130 Dungeons eigentlich mit kleinstmöglichen Leveln bezwingen. Ja, und wenn ich dann die Schatten-Dungeons in der Zwischenzeit bezwungen habe... Pff. 130 Dungeons sind mittlerweile auch nichts mehr. Es gibt mittlerweile schon wieder Osteros. Und Osteros wird mit kleinem Level sowieso gar nichts. Ich weiß es nicht. Helft mir mal. Schreibt es mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ob ich die Schatten-Dungeons machen soll oder eher warten soll, bis ich vielleicht die 130 Dungeons clean habe. Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, und hier haben wir den nächsten Quest. Sehr schön. Ja, meine Freunde. Dann war es das eigentlich hier vom dritten Dungeons von der Schattenwelt. Ähm. Das heißt, wenn ich den nächsten Schlüssel gefunden habe, gibt es den nächsten... Das ist ein Dungeon. Was ist denn der nächste? Der nächste ist... Ist das hier, oder? Ich weiß es nicht. Die Pyramide des Wahnsinns war der neunte. Das glaube ich, das ist der Frostblut-Tempel könnte der achte, siebte, sechste, fünfte. Ich glaube, hier geht es weiter, ja. Schick, so ein Riesensprung, okay. Genau, ähm, okay, meine Freunde. Da geht es weiter. Hier. Schick, 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 genau. Das ist der vierte. So ein, ähm, ja, dann würde ich sagen, hoffen wir mal auf den nächsten Schlüssel. Und wenn der da ist, dann gibt es die nächsten zehn Dungeon-Etage und sind der Schattenwelt. Bis dann und ciao, ciao. Euer Blacky. Bis dann.